Der vollmundigen Behauptung, wir belassen nichts in Zufall, es steht nicht dabei, dass davon die Höhe der Kollateralschäden ausgenommen bleibt und diverse andere Dinge, vielleicht auch das Friendly Fire. Genauere Daten habe ich dazu jetzt auch nicht, aber das ist ein bekanntes Problem. Auch aus Zeiten des Vietnamkriegs und mit einem Lied aus dieser Zeit fangen wir an. Ein wunderbarer junger Mensch aus Bayern hat das mal übersetzt, der Wilfried hat mir hier die Aufnahme zukommen lassen und weil Bayerisch kein Hochdeutsch ist und ich beides nicht kann, kommt jetzt hier die Hochdeutsch-Rheinhessische Lehnübersetzung. Kommt mal her, ihr liebe Leute, die Bundeswehr, die braucht euch heut, hat sich mal wieder festgefahren, wie schon in Afghanistan. Die Bücher weg, eine Knarre geschnappt, dann geht die Party richtig ab, dann geht's eins, zwei, drei und dann ab dafür. Mir scheißegal für was, wir machen alles platt. Und dann fünf, sechs, sieben, dann ist Schicht im Schacht. Bank, nicht lang, weshalb, warum, dort fallen wir um. Bank, wo der Bank, der macht nicht schlapp, im Krieg, da zischt die Börse ab, da wird so richtig Geld gemacht. Mit Kriegsgerümpel, das ist nur so Kracht, unter hunderttausend Opfern ist auch mitunter mal ein Terrorist. Dann geht's eins, zwei, drei und dann ab dafür. Mir scheißegal für was, wir machen alle nass. Und dann fünf, sechs, sieben, dann ist Schicht im Schacht. Frag nicht lang, weshalb, warum, dort fallen wir um. Generäle, seid bereit, hier ist die Gelegenheit. Ich schieß erstmal alles kurz und klein, ein Vorwand wird zu finden sein. Die Chance für den Frieden kommt, erst wird alles ausgebombt, dann geht's eins, zwei, drei und dann ab dafür. Mir scheißegal für was, wir machen alles platt. Und dann fünf, sechs, sieben, dann ist Schicht im Schacht. Frag nicht lang, weshalb, warum, dort fallen wir um. Dann geht's eins, zwei, drei und dann ab dafür. Mir scheißegal für was, wir machen alles platt. Und dann fünf, sechs, sieben, dann ist Schicht im Schacht. Frag nicht lang, weshalb, warum. Dort fallen wir um. Kommt ihr Mütter weit und breit, hier ist die Gelegenheit. Ups, sorry, gleich nochmal. Kommt ihr Mütter weit und breit, schickt die Buben, es wird Zeit. Schickt ihr Väter bitte sehr, die Töchter in die Bundeswehr. Die Kinder in den Krieg am Stück, in Einzelteilen kommen sie zurück. Dann geht's eins, zwei, drei und dann ab dafür. Mir scheißegal für was, wir machen alles platt. Und dann fünf, sechs, sieben, dann ist Schicht im Schacht. Frag nicht lang, weshalb, warum, dort fallen wir um. Wuh, 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 wuh Vielen Dank.